Wir gehen direkt darüber ins nächste Datenblatt namens Autoausfüllen. Die Autoausfüllen-Funktion ist eine, deren Sinnhaftigkeit man erst versteht, wenn man sie angewendet hat. Und genau das wollen wir jetzt mal tun. Die Aufgabe, der wir uns widmen wollen, ist das Übertragen der Zahlen im ersten farbig hinterlegten Bereich in den zweiten Bereich. Wir haben gerade gesehen, das können wir natürlich ganz einfach über Copy-Paste machen. Aber das funktioniert natürlich auch über Zellbezüge. Und das ist wohl die einfachste Formel, die man überhaupt in Excel anwenden kann, nämlich der reine Zellbezug. Wir klicken dazu unsere erste freie Zelle an, drücken dann gleich und klicken unsere 1 an, also die Zelle B11. Return und wir sehen, Excel besorgt sich den Zellwert in der Zelle B11 und trägt den in die Zelle B18 ein. Wir haben einen einfachen Zellbezug eingegeben und das sieht man hier oben in unserer Formelübersicht, da steht einfach gleich B11. Und Excel tut ja eigentlich nichts anderes, als den Zellwert zu kopieren. Allerdings ist das ein etwas fortgeschrittenes Kopieren. Denn wenn ich nun den Zellwert in der ersten Ausgangszelle hier ändere, zum Beispiel in dem Wert 99, dann sehe ich, dass sich auch der Wert, den ich gerade über einen Zellbezug herübergeholt habe, auch verändert. Das wäre nicht passiert, wenn ich die Zahl, die dort vorher gestanden hat, mit Hilfe eines einfachen Copy-Paste-Befehls herüberkopiert hätte. Was können wir nun tun, um auch die anderen Zellen hier auszufüllen? Eine Möglichkeit wäre nun, die Zellbezüge immer wieder von Hand einzugeben, also in die nächste Zelle hineinzuschreiben, gleich C18 und dann wieder gleich C19. Aber das ist natürlich total umständlich. Excel erleichtert uns diese Aufgabe erheblich. Dazu aktiviere ich zunächst wieder die Zelle B18. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam diesen Rahmen um die Zelle, den wir die ganze Zeit einfach als Rahmen akzeptiert haben, ein bisschen genauer an. Und da sehen wir, dass in der unteren rechten Ecke dieses Rahmens so ein kleines Quadrat angezeigt wird. Und wenn wir den Mauszeiger über dieses Quadrat halten, dann verändert sich seine Form von einem dicken weißen Plus in ein dünnes schwarzes Plus. Dieses dünne schwarze Plus, das ist das sogenannte Auto-Ausfüllen-Zeichen. Wenn ich jetzt nämlich mit der linken Maustaste klicke, die Maustaste gedrückt halte und das Ganze nach rechts rüberziehe, und dann loslasse, dann seht ihr, dass in den Zellen, die gerade noch leer waren, nun auch die Werte aus dem Zellbereich von oben stehen. Wie hat Excel das gemacht? Ich klicke dazu mal die Zelle C18 an. Und wir schauen uns die Formel an, die da drin steht. Das ist nämlich die Formel C11. Ich gehe mal wieder ein nach links auf die Zelle B18. Dort stand die Formel B11. Wir würden also erwarten, dass jetzt in der Zelle D18 die Formel B11 eingetragen ist. Und genau das stimmt auch. Was Excel also beim Auto-Ausfüllen getan hat, ist nicht einfach nur diese Formel gleich B11 nach rechts kopiert, sondern Excel hat automatisch auch die Spaltenbuchstaben angepasst, sodass sie sich auf die richtigen Zellen beziehen. Wir haben nun die Zellen B18 bis D18 markiert. Und wir sehen, dass immer noch dieses kleine Auto-Ausfüllen-Quadrat dort unten erscheint. Wir klicken dieses Quadrat wieder an und ziehen jetzt den Bereich auch noch nach unten und sehen, dass plötzlich alle Zahlen vom Zellbereich oben nach hier übertragen worden sind. Excel passt also beim Auto-Ausfüllen die Zellbezüge, die in der Zelle stehen, die wir Auto-Ausfüllen, immer automatisch an. Wenn wir eine bestimmte Zelle, wie zum Beispiel unsere B18 mit dem Zellwert 99 nehmen und nach rechts Auto-Ausfüllen, dann werden beim Auto-Ausfüllen automatisch die Spaltenbuchstaben erhöht. Und zwar so weit, wie wir Auto-Ausfüllen. Wenn wir nach unten Auto-Ausfüllen, dann werden die Zeilennummern automatisch angepasst. Das Auto-Ausfüllen erspart uns also unheimlich viel Tipparbeit. Und zwar immer dann, wenn wir eine Formel, eine Zelle eingetragen haben, die wir auch in andere Zellen übertragen wollen, aber gleichzeitig die Zellbezüge in dieser Formel mit angepasst werden sollen. Gehen wir mal zur nächsten Aufgabe. Wir sollen hier berechnen, und zwar unter Verwendung des Auto-Ausfüllens. Wir sollen zunächst berechnen 85 plus 4, das können wir mal eingeben, gleich B30 plus C30. Return. Und die Berechnung ist durchgeführt. Das könnte ich jetzt für jede einzelne Zeile erneut eingeben, was aber natürlich viel zu mühsam ist. Ich kann das Auto-Ausfüllen verwenden. Ich klicke also auf die Zelle D30, gehe dann mit meinem Mauszeiger auf das kleine Auto-Ausfüllen-Quadrat und ziehe bei gedrückter linker Maustaste nach unten, soweit ich Auto ausfüllen will. Auch das hat wunderbar geklappt. Wir sehen, dass Excel alle Zellbezüge angepasst hat. Wenn ich also zum Beispiel auf die letzte Zelle klicke, die 154, und dann einen Doppelklick ausführe, um zu sehen, auf welche Zellen sich nun diese Formel bezieht, dann sehen wir, dass Excel alle Zellbezüge in dieser Formel automatisch angepasst hat. Dasselbe wollen wir hier mal mit dem Multiplizieren machen. Ich gebe also ein, gleich F30 mal G30, drücke Return, klicke dann wieder die Zelle an und fülle nach unten aus. Jetzt mache ich dabei aber mal einen kleinen Fehler. Ich fülle einfach mal ein bisschen zu weit Auto aus. Wir sehen, Excel hat das klaglos gemacht, nur beziehen sich natürlich die letzten beiden Formeln auf leere Zellen, weil wir einfach zu weit ausgefüllt haben. In der nächsten Aufgabe sollen wir wieder Auto ausfüllen, dieses Mal nach rechts. Auch das können wir tun. Wir berechnen zunächst 93, also C49, plus 21, also C50. Ich drücke dann die Return-Taste, klicke wieder die 114 an und fülle nach rechts Auto aus. Dasselbe kann ich hier unten machen. Ich gebe ein, gleich 45 mal 35, drücke dann die Return-Taste, klicke wieder die gerade eingegebene Formel an und fülle nach rechts Auto aus. Excel berücksichtigt also offenbar, ob wir nach unten Auto ausfüllen oder nach rechts Auto ausfüllen. Wenn wir nach unten Auto ausfüllen, dann passt Excel jede Zeilen Nummer in allen Zellbezügen innerhalb der Auto ausgefüllten Formel an. Wenn wir nach rechts Auto ausfüllen, dann passt Excel alle Spalten Buchstaben in der Formel an. Ziemlich schlaue Sache. Wir können das Ganze auch mit nicht zusammenhängenden Zellbereichen machen. Wenn wir also jede Zahl aus dem ersten Farbig hinterlegten Bereich hier oben mit der entsprechenden Zahl aus dem zweiten Farbig hinterlegten Bereich addieren wollen, dann würden wir einfach eingeben, gleich Zelle C64 plus Zelle H64 und drücken jetzt Return. Jetzt aktiviere ich wieder die Zelle mit der gerade eingegebenen Formel und fülle nach rechts Auto aus und möchte auch gerne nach unten Auto ausfüllen, aber wir sehen, das geht nicht. Excel lässt das nicht zu. Excel kann entweder die Zeile Auto ausfüllen oder eine Spalte Auto ausfüllen, aber niemals in einem gesamten Bereich. Also müssen wir zuerst entweder die Zeile oder die Spalte Auto ausfüllen und danach den jeweils anderen Bereich. Ich fülle mal zuerst entlang der Spalten aus, muss dann die Maustaste loslassen, damit das Auto ausfüllen tatsächlich stattfindet, kann jetzt wieder auf mein Auto ausfüllen Quadrat klicken und nun den ganzen Bereich nach unten ziehen, um auch noch nach unten Auto auszufüllen. Das ist ein bisschen lästig. Es geht auch anders. Ich gebe hier in den rechten Bereich erneut die Formel von gerade ein, also gleich C64 plus H64 und drücke Return. Statt Auto ausfüllen aber drücke ich jetzt STRG C fürs Kopieren. Und nun markiere ich mit der Maus die gerade kopierte Zelle und auch alle Zellen daneben und darunter. Allerdings muss ich dabei aufpassen, für das Markieren bitte nicht den Mauszeiger auf den Rand unseres Laufbalkens um die Zelle setzen. Dann würden wir nämlich die Zelle jetzt tatsächlich irgendwo hin verschieben. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen den Bereich, der diese Zelle und die angrenzenden Zellen umfasst, markieren. Dazu klicken wir irgendwo in die Mitte der nun zum Kopieren vorgesehenen Zelle, halten die Maustaste gedrückt und ziehen dann nach rechts und nach unten, bis der gewünschte Bereich, in dem wir diese Zelle Auto ausfüllen wollen, markiert ist. Wenn ich nun STRG V drücke, dann sehen wir, tatsächlich findet dort ein Auto ausfüllen statt. Excel macht dasselbe, wie das, was wir beim Auto ausfüllen gerade auch gemacht haben, nur geht es mit Copy-Paste gleichzeitig in beide Richtungen. In beide Richtungen bedeutet, dass Excel für die letzte Zelle dieses Bereiches, die J74, tatsächlich sowohl die Spalten Buchstaben als auch die Zeilennummern automatisch angepasst hat. Wir sehen, dass immer noch der Laufbalken um die gerade kopierte Zelle herum sichtbar ist. Das ist ein bisschen unschön und kann nerven. Was könnte man tun, um diesen Laufbalken zu beseitigen? Was habe ich vorhin gesagt? Exakt, wir drücken einmal die Escape-Taste und das Ganze ist verschwunden. Lasst uns dieses Auto ausfüllen mit Hilfe von Copy-Paste noch mal ein bisschen üben. Wir wollen hier diese beiden Zahlenreihen miteinander multiplizieren. Ich gebe also ein, gleich 10, also Zelle B81, mal 76, also Zelle E84, drücke Return. Das Ganze können wir dann nach unten Auto ausfüllen. Wir können das tun, indem wir das Auto ausfüllen Quadrat benutzen oder über Copy-Paste, indem wir also STRG-C drücken, dann den Zellbereich markieren, in dem Auto ausgefüllt werden soll und STRG-V drücken. Bei der nächsten Aufgabe geht das ganz genau so. Wir sollen nun die beiden Zahlenreihen addieren, drücken also gleich Zelle B109 mit der Zahl 37 darin, plus Zelle D113 mit der Zahl 8 darin, drücken Return, aktivieren jetzt wieder diese Zelle, drücken STRG-C, markieren nach rechts und drücken STRG-V. Schließlich sollen wir einen gleitenden Mittelwert berechnen, und zwar über jeweils zwei Spalten. In diese Spalte hier, da soll also gleich der Mittelwert der beiden Spalten A und B drinstehen. Hier soll der Mittelwert der beiden Spalten B und C drinstehen, und hier der Mittelwert der beiden Spalten C und D. Fangen wir mal an. Wir berechnen in der ersten Zelle den Mittelwert dieser beiden Werte hier. Klammer zu und Return. Jetzt könnten wir Auto ausfüllen, müssten aber mit dem Auto ausfüllen Werkzeug zuerst nach rechts Auto ausfüllen, dann die Maustaste loslassen und dann nach unten Auto ausfüllen. Wir können das nicht in einem Schritt machen. Das ist mühselig. Mit dem Kopieren geht das in einem Schritt. Ich mache das Ganze also mal wieder rückgängig. Achte darauf, dass die Zelle, die wir Auto ausfüllen wollen, aktiviert ist. Ich drücke STRG-C, markiere jetzt den gesamten Zellbereich, in dem wir Auto ausfüllen wollen, drücke STRG-V und wir haben Auto ausgefüllt. Diese kleinen grünen Dreiecke hier oben, genauso wie das Ausrufezeichen, das da entstanden ist, sind eine Warnung von Excel. Wenn wir da draufklicken, dann zeigt uns Excel den Text der Warnung an. Diese Warnung lautet, die Formel schließt nicht alle angrenzenden Zellen ein. Excel merkt, dass sich die Formel in dieser Zelle hier nicht auf alle angrenzenden Zellen bezieht, sondern nur auf zwei Zellen, die aber Teil eines größeren, mit Zahlen angefüllten Bereiches sind. Und Excel weist uns darauf hin und sagt, pass mal auf, vielleicht ist das gar nicht das, was du machen wolltest. Vielleicht wolltest du ja alle Zahlen hier markieren. Das wollten wir natürlich nicht, drücken deshalb ESC und müssen einfach mit diesen Dreiecken hier leben, wären Excel aber sehr dankbar gewesen, wenn wir tatsächlich bei der Formel einen Fehler gemacht hätten.